ja hallo hier ist wieder tuxoche.de willkommen auf meinem video kanal heute soll es um eine monitorlampe gehen aber dazu zeige ich erst mal wie das bei mir vorher aussah also eine relativ einfache bürolampe und das war es dann das hat mir sozusagen jahrelang gereicht das war also wieder optimal von der helligkeit her noch optimal von der auslöschung der arbeitsfläche aber in kombination mit lediglich einem 27 zoll monitor war das durchaus akzeptabel und natürlich war das eben kunstlicht also gelbliches licht was dann bei der beurteilung von farben und so weiter her auch noch ein klein wenig gestört hat aber dann habe ich die kundes ich hoffe dass ich richtig aus monitorleuchte gesehen die als direkte konkurrenz zur ben cool monitorleuchte auftritt und die habe ich mir dann geholt aber schauen wir zunächst mal was alles in der packung vorhanden ist erstmal haben wir die zwischenstücke um die geschichte oder den halter an andere monitor breiten anzupassen das war auch das wo es dran gescheitert ist bei meinem alten monitor dann haben wir den halter selbst mit seinem ich nenne es mal gegen gewicht und natürlich die leuchte selbst so auf dem monitor montiert sitzt die leuchte sehr sehr unauffällig selbst bei schmalen rändern ist also kaum eine beeinträchtigung feststellbar wie ihr hier erkennen könnt und auch blendet die monitor leuchte nicht leuchtet aber dafür den arbeitsraum vor dem monitor wie ich finde relativ optimal aus zur bedienung der leuchte ist eigentlich zu sagen ja neben dem usb anschluss den sie benötigt also hinten auf der leuchte selbst ist ein usb c und ansonsten ist da ein usb a connector um sie an eine stromversorgung das kann der monitor aber auch ein stecker sein ist nicht viel zu sagen und dann besitzt die leuchte an sich vier schalter nämlich einmal an außen logischerweise dann der zweite schalter steuert die automatische helligkeitsanpassung das heißt die leuchte regelt sich runter oder auf je nach helligkeit des umgebungs lichtes und das ist also eine auch eine sehr praktische sache weil hier zum beispiel leuchte angemacht werden kann und wenn noch ein gutes stück tageslicht vorhanden ist ist die leuchte praktisch ja kaum hell oder man sieht es kaum und während man arbeiten es wird um einen herum dunkler zieht die leuchte die helligkeit an ja und dann haben wir noch zwei schalter nämlich einmal für die farbtemperatur um sie vom einem gelblicheren weiß das kommt also dem kunstlicht relativ nahe zu einem ja ich nenne es mal kalt weiß darauf zu regeln das geht auch über stufenlos aber ich bevorzuge dieses kalt weiß soll es mir etwas neutraler vorkommt und der letzte schalter schließlich ist um die helligkeit der leuchte dann eben manuell zu regeln wenn man die automatische helligkeitsanpassung der leuchte aus irgendeinem grund nicht haben möchte hier können wir jetzt aber eine kleine demo sehen der verschiedenen helligkeiten wie ihr hier sehen könnt jetzt allerdings habe ich das nur meinen stufen gemacht und hier mit den verschiedenen farbtemperaturen sowie die leuchte sie anbietet also ich bin mit der leuchte hervorragend zufrieden und für einen preis von knapp 50 euro passt sie sehr gut sie ist angegeben für monitore von 22 bis 29 zoll passt aber wie ihr sehen könnt auch auf dem 32 zoll lg monitor recht gut ohne dass irgendwie die randbereiche störend abgedunkelt wären also ich bin hellauf zufrieden und ja nicht nur zufrieden sondern eigentlich sogar hellauf begeistert von dieser lampe weil sie eben für eine ebenmäßige ausleuchtung sowohl des arbeitsplatzes also auch der umgebung sorgt ja das war mein kleines review zur kundis monitor leuchte wenn er dazu noch fragen habt können natürlich gerne in die kommentare stellen oder auch in die kommentare zu dem entsprechenden blog post und wenn das video ein klein wenig hilfreich war würde ich mich natürlich über ein gefällt mir freuen und noch mehr würde ich mich natürlich freuen wenn ihr den kanal abonniert dann vergesst aber bitte die glocke nicht zu aktivieren dann erhaltet ihr jedes mal eine benachrichtigung sobald ich ein neues video hochgeladen habe ja wie gesagt das war mein kurzes review zur kundis monitor leuchte und mir bleibt nichts anderes übrig als zu sagen bis zum nächsten mal ciao tux oche